Grüezi miteinander. Heute möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie einfach es ist, mit Abacus Kreditoren unkompliziert und schnell einzulesen. Der Prozess spart Zeit und Ressourcen, wo Sie in anderen Bereichen investieren können. Wir wünschen viel Spass. Im ersten Schritt nehmen Sie Ihre Rechnungen und nehmen auf der ersten Seite der Rechnung jeweils einen Stempel drauf. So erkennt das System, dass eine neue Rechnung kommt. Dann scannen Sie Ihre Rechnungen mit Ihrem Scanner. Am PC speichern Sie den Scan dort, wo Sie ihn schnell wieder finden. Im Abacus ACHO gehen Sie auf das Q958, das ist das AbaScan Upload. Dort öffnen Sie die gescannte Datei und Sie klicken dann auf Speichern. Und schon ist die Rechnung im Abacus. Nachdem der Prozess durchgelaufen ist, können Sie das Programm schliessen und anschliessend ins K11, also das normale Buchungsprogramm, wechseln. Dort haben Sie in der Inbox Ihren Scanner Rechnungen und können sie so holen. Sie sehen, die Daten sind jetzt schon voranfasst worden von der Rechnung. Das heisst, das Abtippen vom Lieferanten entfällt. Und Sie können hier noch Detaildaten ergänzen. Und jetzt müssen Sie nur noch auf Speichern klicken und schon ist Ihr Beleg erfasst. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, wir hätten Ihnen einen kleinen Einblick ins Abacus geben können.